Herzlich zum Auftakt unserer Aktion Lichtblicke on Tour. Vielleicht ganz kurz noch ein bisschen ruhig, Mädels. Ihr dürft gleich wieder... Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass wir mit unserer Aktion Lichtblicke hier auch sammeln. Lichtblicke ist ja eine Aktion von Radio NRST und den gesamten NRW-Lokalradios, mit denen wir Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, unterstützen. Und ich glaube, wenn jeder von euch heute in die Dose so viel reintut, wie der heutige Nachmittag wert ist...